ja hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal kemmerz der zimmermann im heutigen video wollen wir ein steg bauen für meinen guten freund christian der hat mich bei meinem wohnzimmer projekt viel unterstützt und wir helfen uns schon seitdem wir uns kennen immer gegenseitig aus und christian hat mich unterstützt und dafür kriegt er in diesem video von mir einen neuen steg verpasst da haben wir uns was richtig cooles überlegt weil das problem ist hier dass der wasserstand so extrem also der wasserstand sich immer so ändert sommer wie im winter und das halt hier ein bisschen schwierig ist dann nachher ins bruch zu kommen oder großen fisch zu kämpfen deswegen haben wir uns dazu ein paar gedanken gemacht das wird richtig cool deswegen um mit den dranbleiben das video anschauen und fleißig abonnieren und kommentieren wir gehen jetzt mal dran wird es nicht auf unserer seite aber das sind wir gewohnt auf dem bau schön wetter können jeder auf geht's so wir werden jetzt gleich den alten steg von christian erstmal demontieren der christian hat das damals selber gemacht da zeige ich euch mal wie man es vielleicht nicht machen sollte das sieht in etwa so aus als wenn ich eine wand verputzen würde deswegen macht lieber jeder das was er kann ansonsten habe ich hier dabei heute bei dem schlechten wetter natürlich super die euro tech boxen da habe ich alles drin ich habe jetzt mein ganzes makita werkzeug der alligator war jetzt da nicht drin aber die ganzen akkuschrauber ist kleine schlagbaumaschine da habe ich schrauben drin und in der seht ihr das noch reichlich platz das ganz praktisch weil ich hatte keine lust hier 30 makita koffer mitzunehmen den platz hatten wir nicht gehabt wir sind nebenbei noch am angeln deswegen drückt uns auch die daumen das vielleicht noch mal zwischendurch hier in fisch abläuft wir haben schon eine nacht hinter uns deswegen sehen wir uns ein bisschen verknattert aus glaube ich aber wir gehen jetzt erst mal dran bauen den steg zurück und dann werden wir hier alles soweit vorbereiten und dann nehme ich euch stück für stück mit und erkläre euch was wir hier genau form und was wir machen weil da gibt es ein paar sachen die man da auf jeden fall beachten sollte dass wir lange freude an dem stehkampf so er ist so eine brechung der fische schon gelaufen damit hätten wir jetzt eigentlich nicht gerechnet so da ist er störenfried wohl arbeiten ja aber gute unterbrechung so macht arbeiten auch spaß angeln und arbeiten das lässt sich verbinden miteinander könnte ich öfters machen schönes ding so ich zeige euch jetzt gerade mal die konstruktion wie christian sie damals gemacht hat ist nicht so optimal wir werden es natürlich ein bisschen besser machen deswegen bin ich ja auch heute hier ich zeige euch das gerade mal ist jetzt hier das sind 8 24 fichte balken der jetzt flach hingelegt die haben jetzt getragen der steg hat auch nicht gewippt oder sonst irgendwas und das und herbahn um drauf das habe ich ihm damals gesagt dass das machen soll bloß das funktioniert natürlich nicht wenn man die balken so rum legt ich werde die ganze konstruktion jetzt mit drei balken machen die am querschnitt von 8 auf 16 also sogar kleiner aber hoch kann natürlich den balken weil er statisch dadurch mehr hält wenn wir jetzt drei balken hinlegen wir werden haben heute nur das problem dass das wasser halt höher ist als wir gedacht hätten und wir kommen vorne mit der warthose nicht rein wir haben jetzt soweit alles weg gebaut und jetzt müssen uns irgendwie im plan machen wie wir jetzt erstmal das ding hier abbauen ohne abzusaufen aber das kriegen wir jetzt mal irgendwie gebacken und dann nehme ich euch mit wenn wir an den neuen steck gehen und den aufbauen 000点dorf ja du So, Leute, wir haben jetzt mal den Balken vorbereitet. Problem war, dass ich nicht genau wusste, was mich hier erwartet, was der Anschluss für den Balken am Uferbereich betrifft. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen improvisieren. Das war mir schon klar, dass ich das machen muss. Wir haben jetzt einen von diesen alten, die sind sogar, ich muss mich korrigieren, die sind 10,24. Also das waren richtige Wäscher, die Christian hier untergepackt hatte. Davon haben wir uns einen genommen. Das Holz war von der Qualität her noch super. Und den haben wir jetzt hier fixiert. Unten waren so unterschiedlich hohe Auflagerpunkte gewesen. Die habe ich jetzt hier schon rausgeschnitten. Und dann, ganz wichtig, haben wir uns das Ganze mit so einer Mauersperrbahn eingepackt. Immer den Wasserlauf ein bisschen berücksichtigen. Hier hinten sind wir nachher im Erdreich dran. Deswegen haben wir die Seite komplett von hinten her eingepackt. Oben drüber geht nochmal einer, dass wenn Wasser kommt, dass es hier hinten dran wegläuft. Da sollt ihr auf jeden Fall drauf achten. Das Ganze natürlich nicht andersrum machen, dass es übertrieben gesagt jetzt so rum ist. Weil dann wird das Wasser kommen und wird hier hinten dran stehen. Und das ist dann genau das Gegenteil von dem, was es bewirken soll. Weil dann kommt das Wasser hier rein und geht nicht mehr raus. So, jetzt können wir den Balken da hinten dran setzen. Und hier haben wir uns vorher auf die, da sind so unterschiedliche Stufen. Ihr seht es ja hier, die Winkel sind überall ein bisschen woanders. Die haben wir jetzt hier mit dicken Schrauben festgemacht. Den setzen wir jetzt dran. Der ist auch unterschiedlich hoch ausgeklinkt, dass er schön gerade sitzt. Und dann können wir den hier an den Betonstufen, die dann da am Erdreich noch wirklich fest sind, können wir es gerade hier mit so kleinen Selbstbohrbetonschrauben festmachen. Und dann können wir an die Konstruktion gehen. So, wir haben das Schwierigste vollbracht. Die Konstruktion an sich steht schon mal. Ich zeige euch das gerade mal. Ja, Krüschi, haben wir doch gemeistert, ne? So, jetzt seht ihr hier nochmal unsere Befestigung. Ich habe diesen Balken, den hier ausgekämmt, dass der jetzt schön gerade liegt. Und jetzt haben wir gerade mit Baustützen die versenkt. Und die drei da einfach mal an einer Ordnungsstelle. Das Gute ist bei diesen Baustützen, wir haben unten einfach eine Bohle dran geschraubt. Wie alt war jetzt der alte Steg? So drei Jahre. Drei Jahre. Die Bohlen haben gar nichts, weil in dem Moment, wo es unter Wasser ist und kein Sauerstoff rankommt, dann gammelt das halt auch nicht. Darf ich auch nicht vergessen, der ganze Hamburger Hafen steht auf Eichenpfosten. Da gammelt auch nichts weg. So, und hier seht ihr nochmal das ganze Teil. Hier sind wir jetzt im Prinzip, habe ich erstmal nur so stillenseitig den Balken verschraubt. Da kommen nachher noch Vollgewinde rein, aber die habe ich nicht dabei. Ja, jetzt geht es weiter, Krüschi. Boden drauf. Endlich. Endlich. Und dann können wir bald mal wieder den Fisch ablaufen. Schauen wir mal. Ja. Da geht es jetzt zusammen. So, ihr seht, wir haben alles fix und fertig verschraubt, hat wunderbar geklappt. Jetzt kommt der Geniestreich, den wir uns überlegt haben. Dadurch, dass dieser Wasserstander hier ständig pegelt und wir Probleme haben, ins Boot zu kommen oder mal einen großen Fisch zu keschern, haben wir uns Folgendes überlegt. Ich habe mir hier vom Gerüstbauer einen alten Boden abgekauft und den werden wir jetzt dranhängen. Und zwar mit Gewindestangen. Ganz easy, deswegen sind diese beiden Balken, der erste und der dritte, vierte von vorne, länger. Und da hängen wir den jetzt dran mit Gewindestangen, können den schön an die Oberfläche ausrichten, sodass wir vielleicht so 10, 15 Zentimeter über Wasseroberfläche sind. Und falls der Wasserstand nochmal steigen oder fallen sollte, lassen wir die Gewindestangen wirklich komplett lang runter. Und dann kann man im Sommer im Prinzip ins Wasser gehen, sich den Boden wieder tiefer setzen oder höher, ganz egal wie. Und falls er jetzt im Sommer einfach mal wirklich absaufen sollte, weil das Wasser plötzlich steigt, ist es zahlegal, weil das Ding ist aus Metall, da passiert ja nichts. Da gehen wir jetzt dran. Ich bohre jetzt gerade hier links und rechts zwei Löcher durch. Dann kommt eine große Unterlegscheibe, eine Hutmutter drauf, dass sich da keiner verletzt. Und dann gucken wir, dass wir das da irgendwie dran tüfteln. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Am besten Fall müssen wir es von unten hoch machen, aber ich glaube, das sollten wir hinbringen. Oder Krüschi? Kriegen wir hin. Also, das machen wir jetzt. So Leute, ihr seht's. Das Projekt ist fertig und gelungen. Wir haben gestern Abend nichts mehr gefilmt, wir haben noch ein kräftiges Richtfest gehabt. So schaut's aus. So schaut's aus. Es war eine lange Nacht, eine sehr kalte Nacht. Ich hatte noch einen Fisch, habe im Prinzip den Steg auch eingeweiht mit dem ersten Fisch heute Nacht. War cool, ja. Meine Rute war angefroren, es war pickelkalt gewesen. Hat wirklich gut geklappt. Ich zeige euch jetzt auch mal ganz kurz hier unsere Stufe, die wir uns überlegt haben. Das funktioniert echt wunderbar, solide. Das Ding kann absaufen. Das ist wirklich cool. Wir können jetzt im Prinzip hier, man kann ins Boot einsteigen, man kann, egal ob man das große Futterboot rausholt, einen Fisch keschert. Das hat wirklich gut funktioniert. Bedenken waren von vielen Leuten, denen ich es erklärt hatte, dass das Ding so umherschwingt. Aber das macht es gar nicht. Also es ist wirklich schön stabil geworden. Ich werde wahrscheinlich hier unten, weil der im Prinzip dieses Stück auskragt, werde ich hier unten nochmal mit PU-Leim und ordentlich Verschrauben so eine Art kleine Dreiecke machen, dass das Ding nochmal zusätzlich gestützt wird. Dass er einfach im Laufe der Zeit nicht irgendwann absinkt. Aber ansonsten hat es wirklich gut funktioniert. Und was wir noch ein kleines Problem, was wir festgestellt haben, ist, womit ich nicht gerechnet habe, dass der ganze Steg im vorderen Bereich noch so umher wackelt. Was eigentlich nicht sein kann, weil wenn man sich überlegt, man hat jetzt zum Beispiel eine große Tischplatte und würde die so am Ufer befestigen, wie soll denn da was wackeln? Hat es aber trotzdem gemacht. Ich habe mich gestern noch echt gewundert. Dann haben wir noch unten eine Strebe reingezogen. Kommt mal gerade her. Jetzt seht ihr hier unten diese Befestigung. Die hatte ich ja gestern im Video gezeigt. Wir haben hier unten bei den Stufen ja diese Betonanker reingesetzt. Das Problem ist einfach nur, dass diese Steine denn doch zu locker sind, dass die im Prinzip mitgeben. Und deswegen hat man hier noch so ein bisschen Bewegung drin. Das werden wir aber noch umgehen. Wir werden hier nochmal eine Holzstufe draufsetzen, hier auf die Steine zusätzlich nochmal verankern. Und dann ist das Ding hinten bombenfest. Und wir haben hier auch das Ganze so überbrückt, dass man da bequem auf den Steg laufen kann. Ansonsten war das wirklich ein cooles Projekt. Hat mega Spaß gemacht. Genau. Und Christian, jetzt können wir mal wieder schöne Session machen zusammen. Genau. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wir sind raus. Wir genießen noch unseren Sonntag und packen hier langsam zusammen. Das war für uns. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr. Wir werden mit Christian demnächst noch ein cooles Video machen. Da seid gespannt drauf. Da haben wir was Cooles für euch vorbereitet. Wir sind dann mal raus. Ich würde sagen, Abo dalassen, wenn es noch nicht getan hat. Und bis zum nächsten Video. Euer Clemens der Zimmermann. Ciao. 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 Ciao.